In Gedenken an alle Opfer von Krieg, Vertreibung und Verfolgung fand am Friedhof Purkersdorf eine Kranzniederlegung unter Teilnahme von Mitgliedern der Botschaft der Russischen Föderation statt. Herr Bürgermeister, heute eine Gedenkfeier bei den Mahnmalen einerseits der Opfer des Zweiten und des Ersten Weltkrieges, aber auch der Verfolgten und der rassisch Verfolgten und Umgekommenen. Ein Krieg wie der Zweite Weltkrieg darf nie wieder kommen. Das ist das schrecklichste Ereignis in der Menschheitsgeschichte mit fast 60 Millionen Toten. So etwas darf nie wieder passieren. Es darf nie wieder sein, dass einige Menschen dazu beitragen, dass viele andere sterben. Es darf nie wieder so ein Krieg passieren. Es darf nie wieder Faschismus passieren. Und wir wollen heute mit diesem symbolischen Akt deutlich dokumentieren, dass wir froh sind, dass diese Schrecken vorbei sind, dass die Schrecken des Nationalsozialismus vorbei sind. Wir sind froh, dass Österreich vor 70 Jahren befreit worden ist. Und wir sind froh darüber, dass wir vor 60 Jahren den Staatsvertrag bekommen haben. Purkersdorf fordert eine bedeutende Rolle. 1945 gespielt Purkersdorf ein Teil der Schlacht um Wien, der Westumfassung. Und darum hier der Friedhof der sowjetischen Soldaten, die in Purkersdorf im Kampf um Wien gefallen sind. Und Purkersdorf gedenkt seit vielen Jahren auch immer dieser Menschen, die sich für die Befreiung geopfert haben. Hier gibt es ja auch in Purkersdorf den Ort der Versöhnung und den Weg des Gedenkens. Eine wichtige Einführung hier um Friedhof? Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, den Verbindungsweg zu schaffen, denn es hängt ja alles irgendwie zusammen. Die Frage, welche Rolle hat jemand? Die wirklichen Opfer waren die Holocaust-Opfer, die als Unschuldigste zum Handkuss gekommen sind. Dann haben wir das Denkmal der Soldaten, der deutschen Wehrmacht. Da müsste man auch hinterfragen, wer schuldig geworden ist und wer nicht schuldig geworden ist. Die Befreier, wo wir jetzt stehen. Und dann noch das Denkmal der Vertrieber an den Brüner Deutschen, die ja auch viele unschuldige Menschen waren, die nach dem Zweiten Weltkrieg noch Opfer der Vertreibung geworden sind. Damit ist auch die immerwährende Neutralität begründet, ein Zustand, der für Österreich ganz wichtig ist. Für mich ist er nach wie vor wichtig. Ich glaube, die Neutralität hat ihre Wichtigkeit nicht verloren. Wir wissen nicht, was in Zukunft kommt. Wir leben in einer sehr unruhigen Zeit. Und da ist es ganz gut, wenn wir die Neutralität haben, auch in einem großen gemeinsamen Europa. Natürlich bedarf das auch Bekenntnis zum Bundesheer. Wichtig wäre es aber auch der Jugend, das immer wieder vorzuhalten. Denn die Jugend ist die Zukunft und sie wissen viel zu wenig über diese Zeit. Gott sei Dank wissen sie viel zu wenig, aber trotzdem ist es notwendig und wichtig, immer mahnend zu erinnern. Ich denke, das ist ganz wichtig, weil die Menschen waren damals alle involviert und das ist etwas, das müssen wir uns überlegen. Die müssen wir uns stellen, dass unsere Vorfahren nicht so friedliebend, nicht so sozial und human waren, wie wir das gerne heute hätten. Und dass die Menschen gegenseitig nicht diesen Respekt hatten und das Leben eigentlich nichts gezählt hat. Ein wichtiger Hinweis für die Jugend? Ja, ich denke, das müssten sie tun. Sie sollten alle nachfragen, was haben die Urgroßeltern oder Großeltern, beziehungsweise Urgroßeltern in der Zeit getan. Welche Rolle haben sie gespielt? Welche Rolle haben sie gespielt in der Vertreibung von Menschen, in der Ermordung von Menschen? Beziehungsweise welche Rolle haben sie gespielt dann auch nach dem Krieg beim Wiederaufbau? Auch das ist ganz wichtig, darüber nachzudenken, dass Österreicher und auch Burgersdorf wieder das geworden sind, was sie heute sein können. Wir bedanken uns sehr herzlich, unseren österreichischen Partnern, für ihr Bemühen, um unser Denkmal in diesem guten Zustand zu pflegen. Und wir sind sehr froh, heute an diesem Gedenkveranstaltung teilzunehmen. Und wir wünschen uns allen Frieden, Frieden und Frieden. Frieden und Frieden